Moin und herzlich willkommen auch zum Bild von 2ST. Es heißt Crap, alles ist drauf, was man irgendwie so bei Pop Art benötigen kann, hier ist ein Wow, da ist ein Hier, da ist eine Comic Frau, sehr schön und hier steht's Crap, 80 x 80 cm, der Preis, 790 Euro, Glitzer Spray Paint ist auch noch mit integriert, Leute, das ist echt eine gute Nummer, schlag zu, tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017